Warum der BHC hier immer noch führt, wenn auch nur noch mit zwei. Maric kriegt den nicht. Bayer geht selber. Wie murmelt der das Ding rein, ja? Das müssen wir noch mal auf Lönn gucken. Stark gearbeitet von Arnison gegen Maric. Aber er kann da eigentlich gar nicht mehr weg. Schwierig.